Top! Also, legen wir los. Let's go! Also, ihr braucht heute eigentlich nur eure Unterlage. Ganz easy. Ja, kontrollieren wir mal kurz kurz was. Warten. Jo, läuft, läuft. Also, wir legen uns in Rückenlage. Ganz einfach. Sieht jetzt unspektakulär aus, aber damit ihr mal so ein bisschen den Bauch und den Rücken aktiviert und auch mal so ein bisschen mit eurer Hüfte das Lärm zu kippen. Versuchen wir jetzt hier, sagen wir Hohlkreuz und wir versuchen Bauch fest zu machen und den unteren Rücken auf den Boden zu drücken. Das einfach mal so 10-20 Mal. Also, liegen einfach ganz normal auf dem Rücken, Blick zur Decke und wir probieren hier Hohlkreuz. Da könnt ihr auch so ein bisschen tiefer einatmen und dann ausatmen, Bauch festmachen, Hüfte kippen, unteren Rücken auf den Boden. Das einfach ganz langsam die Hüfte kippen. So mal als Warm-up Übung. Sieht jetzt, wie gesagt, unspektakulär aus. Aber mal zur Aktivierung. Nicht jeder kann das, die Hüfte kippen. Deswegen, das muss man lernen. Auch nachher wenn man Plank machen oder auch Push-up teilweise haben wir noch zwischendurch. Da muss man auch üben, die Hüfte neutral zu halten und den Bauch fest anzuspannen. Versuch da mal wirklich einen schönen Rhythmus zu halten. Kurz halten 1-2 Sekunden und wieder Push in den Bauch rein. Bisschen zusammenziehen, untere Rücken auf den Boden. Wer da Probleme hat mit gestreckten Beinen, kann ein bisschen anbeugen. Denn es ist ein Tick einfacher, den Rücken auf den Boden zu kriegen. Weil man dann den Bauch anspannen, die Rücken so ein bisschen, also ein bisschen zusammenziehen alles. Okay, gut. Also, das war die erste Runde. Jetzt versuchen wir, den Bauch festzuhalten. Und jetzt, ihr versucht, ein Bein länger zu machen und dann immer abwechselnd. Also, die Hüfte verschiebt sich sozusagen. Ich stelle mich kurz hin. Die verschiebt sich in die Richtung. Legt auf den Rücken, versucht ein Bein länger zu strecken und dann wieder kürzer, immer so ein bisschen abwechselnd. Dann wird hier immer die Seite und auch die Hüfte da so ein bisschen aktiviert. So soll es ungefähr aussehen auf dem Rücken. Genau. Auch wieder unspektakulär, aber auch nur zur Aktivierung. So ein bisschen fürs Warm-up. Ja, mal so ein bisschen das ist die seitliche Bauchmuskulatur. Ja, und die Hüfte mal jetzt nicht kippen, sondern, sagen wir mal hoch und runter. Auch da wieder Blick zur Decke. Geschieht sozusagen einmal das Bein lang. Die Beine sind allgemein lang. Gestreckt. Genau. Einfach ganz easy. So zum Warm-up. Okay. Also, jetzt haben wir so ein bisschen Kippbewegung hoch und runter. Jetzt haben wir einen kurzen Stretch. Ja, wir gehen hier. Einen Fuß abstellen. Knie auf die Unterlage. Wieder Rücken gerade. Und jetzt versucht da nicht hier so ein Hohlkreuz zu hängen. Oder Bauch festmachen. Ja, jetzt genau dieses Üben. Kippen der Hüfte und so ein leichtes Stretch spüren. Einfach da mal alles fest anspannen. Kroh anspannen. Ja, lieber ein bisschen festbleiben auf dem Standbein vorne. Genau. Und einfach da mal richtig schön reinrücken. Schön neutrale Hüfte. Wie gesagt, nicht hier hinten ins Hohlkreuz, sondern schön. Hüfte nach vorne. Und einfach halten. Habt einen leichten Stretch hier vorne. Habt eine Aktivierung hinten im Po. Aktivierung ein bisschen im Bauch. Legt dann ruhig nach vorne. Genau. Okay. Wechseln wir einfach mal die Seite. Drehen wir hier. Andere Bein. Wieder gerade. Erstmal so ausrichten. Und jetzt wieder aktiv. Kroh anspannen. Hüfte kippen. Waffen festmachen. Bauch fest. Wieder leichtes Stretch hier vorne. Und Aktivierung vom Po. Aktivierung vom Bauch. Jetzt halten. Denn dann merkt der Po ist wieder locker. Wieder aktiv anspannen. Bauch immer wieder zusammenziehen. Ruhig richtig. Versucht aber trotzdem noch locker zu atmen. Auf fünf Sekunden. Und stopp. Gut. Rückenlage. So. Beine andinkeln. Hier 90 Grad. Versucht jetzt hier im Bauch ein bisschen fest zu machen. Ja. Arme hier an die Seite. Die Handfläche zeigt zur Decke. So. Ja. Arme so leicht abheben. Beine schön in der Position halten. Bauch wie gesagt fest. Das ist so die Ausgangsposition. Und jetzt heben wir langsam den Kopf an. Ein bisschen. Also wer da ein kleines Doppelkinn macht. Ja. Schulterblätter leicht vom Boden weg. Und so bleiben wir nochmal. Auch wieder ein bisschen Aktivierung. Auch hier immer noch die Muskulatur ein bisschen stärken. Oft hat man immer da recht schwache Muskulatur. Und Falten. Und noch ein bisschen nach hinten. Sogenannten Roll-Ups. Also wir versuchen wieder leicht nach vorne. Beziehungsweise Kopf leicht anheben. Schulterblätter leicht weg. Die Hände, die Fingerspitzen gehen nach vorne. Flach am Boden entlang. Flach am Boden entlang. Aber leicht angehoben. Und ihr solltet schon hier eine schöne Spannung spüren. Und dann sagen wir hier so ein bisschen in dem Bereich auch nochmal. Ja. Leicht aktivieren. Gehen wir nochmal locker nach hinten. So einmal noch. Also wieder Kopf leicht anheben. Bauch fest. Unter, Bauch auf den Boden. Und jetzt Fingerspitzen leicht nach vorne ziehen. Halten. Doppelkinn. Ja. Und dann gehen wir zu atmen. Ich merke das ganz selber. Und Klocken. Gut. Also nicht ganz bei dir natürlich. Genau. Wir bleiben in der Position. Die sogenannten Leg Drops. Die gleiche Position. Und jetzt gehen wir ganz langsam hier. Mit den Fersen hohen berühren. Und wieder hoch. Ja. Das ist super, super schwierig. Wenn er runter geht. Schaut, dass er nicht ins Hohlkreuz geht. Und immer wieder hau an den Bauch. Ja. Immer abwechseln. Dack links und rechts. Androbein bleibt in der 90. Radposition. Sieht auch unspektakulär aus. Schulterblätter leicht weg. Handflächen genauso. Wie bei der anderen Übung jetzt davor. Zack. Wenn du hier so ein bisschen klicken hast. Wenn es so wieder runter geht. Und es klackert hier so ein bisschen in die vorne. Beinbeuge. Versuch dann nochmal aktiv den Arsch anzuspannen. Den Po. Dann kann es sein, dass es dann weg geht. Ja. Sag einfach auch wirklich mit Spannung hier das Bein nach unten. Ja. Nicht einfach nur fallen lassen. Oder mit Spannung. Und ihr bleibt auch in der Bauchspannung und der Rücken bleibt auf dem Boden. Jetzt immer noch beim Warm Up. Einfach so ein bisschen alles mal warm macht. Fangen wir leicht an zu schwitzen. Und Pause. Okay. Wir gehen in Bauchlage. Ich gerade meine Matte andersrum. Damit ihr es dann dick besser seht. Zack. Also. Bauchlage. So. Beine. Leicht anheben. Po Körperspannung allgemein. Jetzt gehen wir in so eine V-Position. Ja. Äh. Genau. Daumen zeigt die Decke. Handflächen schauen sich an. So. Jetzt heben wir gleich den Oberkörper an. Und dann gehen wir hier in so eine W-Position. Schieben richtig schön die Schultern runter. Und dann aktivieren wir so ein bisschen unteren Rücken. Schulterblätter. Jo. Okay. Fangen wir vorne an. Also. Leicht anheben alles. Kopf bleibt neutral. Und jetzt hier W-Position. Und wieder strecken. Und immer die ganze Zeit. Leicht anheben den Oberkörper. Schulterblätter zusammen. Schultern aktiv runterziehen. Immer wieder. Vor. V. Und W. noch ein paar Wiederholungen. Noch eine. Zuck. Und ganz locker. Gut. Ich habe meinen Rücken auch so ein bisschen. Klassikerübung. Super dog heißt das. Oder man könnte auch sagen. Vierfüßlerstand. Linke Hand. Rechtes Bein. Genau. Machen wir das nochmal. Bleiben wir so hier. Also. Ja. Linke Hand. Rechtes Bein. Nach vorne strecken. Bein nach vorne strecken. Schauen. Dass er nicht hier völlig übertreibt. Und dafür nicht im Hohlkreuz hängt. Wie reicht das wenn er bis hier geht. Zack. Bauch festmachen. Arm. Einfach gerade. Ja. Das für die Endposition. Okay. Machen wir jede Seite fünfmal. Schön langsam. Und go. Fang an mit linker Hand. Rechtes Bein. Fünfmal. Genau. Bei der Endposition. Bauch auch festmachen. Und nicht im Hohlkreuz hängen. Zack. Fünf. Mal Seite wechseln. Waffe schön strecken. Arsch anspannen. Arm leicht nach oben. Für die Schultern leicht hinten runter. hinteren Rücken. Warm machen. Und Pause. So. Da haben wir schon wieder zehn Minuten rum. Aber läuft. So. Jetzt kommen nochmal drei Plankarten. Plank. Unterarmstütz. Erste Runde klassisch. Was ich gerne möchte hier beim Plank. Das wir nicht hier vorne festhalten. Hände so ein bisschen auseinander. Handflächen. Zeigen zur Decke. Ja. So dass er hier so ein bisschen einrotiert. Und aktiviert auch hier nochmal ein bisschen euer Latissimus dazu. Ja. Beim Plank allgemein. Was wir nicht wollen. Ist hier irgendwie so drinnen Hände hängen. Ja. Versucht schön. Bauch fest. Ja. Auch da wieder neutrale Hüfte. Die Hüfte so ein bisschen rein. Zack. Bauch fest. Arsch anspannen. Schulterblätter fest. Boom. Okay. Machen wir 30 Sekunden. Einfach mal so. Ganz easy. Zum Einstieg. Haben wir nachher ein bisschen länger. Ich bin auch mega scheiße im Plank. Aber wir kriegen das schon hin zusammen. Ready. Und go. So. Also schöner Plank. Nicht so passiv hängen da so. Sondern schön fest die Schulter. Die Schulter da vorne. Handflächen zur Decke. Kopf neutral. Arsch anspannen. Bauch fest. Beine strecken und was auch immer. Locker atmen. Wenn ihr merkt es geht gar nicht mehr. Knie auf den Boden. Und dann weiter Plank. Ne. Noch ein bisschen. Wirklich all out sozusagen mein Plank. Nicht so passiv. Sondern schön alles festmachen. Darum geht es mein Plank. Und stopp. Gut. Das war ein klassischer Plank. Jetzt geht es weiter. Nächste Runde Side Plank. Wir machen jede Seite so 20 Sekunden zum warm werden. Und dann auch da wieder abstützen. Bordel. Gehen ein bisschen nach hinten. Zack. Ein Bein. Also Füße übereinander. Ein Arm zur Decke. Und auch da mit dem abgestützten Arm. Die so passiv hängen. Und dann schön Schulter raus. Bap. Weit weg vom Ohr. Oder weit weg vom Hals. Jetzt. Jo. Machen wir mal einfach mal. Ready. Und fertig. Ab. Zack. Ja hier. Schön stabil. Bap. Und halten. Also ein bisschen seitliches. Muskulatur sag ich mal. Bauchmuskulatur. Schulter. Ich hasse ja eigentlich Klenk. Aber das ist eigentlich effektive Übung. So. Wir wechseln mal die Seite. Alles noch Warm Up. Aufeinander schon denkt. Scheiße. Ich bin ja schon richtig glatt. Nein. Wir sind noch beim Warm Up. Also ein Hand. Schön zur Decke. Stabil bleiben. Nicht so hängen. Schön hier oben. Und hier die Schulter richtig zack raus. Gut. Das ist die Warm Up Übung. Wir liegen auf dem Rücken. Wir hamstring playen. Ja. Ihr geht die Schulter aktiv hinten auf die Unterlage drücken. Die Fersen in den Boden. Und dann leicht anheben. Ja. Arsch anspannen. Oberschenkel rückseite anspannen. Also ihr müsst ja dich total im Hohlkreuz hängen. Probiert immer noch auf dem Bauch gleich festzumachen. Jo. Lenk und go. Auch wieder so 20, 30 Sekunden. Mal so ein bisschen die Übung. Die letzte Warm Up Übung. Danach geht es dann schon in den ersten Hauptteil. Okay. Also Schulterblätter schön hinten auf die Unterlage. Bauch fest. Arsch anspannen. Oberschenkel fest. Fersen in den Boden zurück. Und kurz die Uhr. Und Pause. Gut. Tip Top. Warm Up ist rum. Leicht geschwitzt. Jeder Muskel mal so ein bisschen aktiviert. Ich fang gut durch. Warte. Also wenn wieder ein bisschen Musik braucht, haut sich das rein. Ich versuche mich wieder so zu motivieren. Also. Wir haben ein erstes Main Set. Das sind 90 Sekunden Plank. Mal gucken. Dann 60 Sekunden diese Wall-Ups. Also Beine 90 Grad. Arme an der Seite. Und dann kommen wir so leicht nach oben. Und dann wieder runter. 60 Sekunden. Und dann 30 Sekunden The W. Das was wir vorhin gemacht haben beim Warm Up. Aus der Position. Und Bauchlage in die Position. Ja. Das sind so die drei Übungen. 90 Plank. 60 Sekunden Wall-Ups. Ja. Oberkörper oder Oberkörper leicht anheben. Schulterblätter weg. Und 30 Sekunden The W. So. Machen wir einfach mal. Fangen wir in. Ach was haben wir hier. 90 Sekunden. Fangen wir in 15 Sekunden an. Also 90 Plank. Mal gucken. Wer schafft. Also für die Schwimmer auf jeden Fall easy. Für mich als alter Sack. und Plank hasser. Schon hart. Aber das kriegen wir hin. Irgendwie 90 Sekunden zu halten. Wenn es gar nicht mehr gehen sollte. Wenn man merkt. Die Fallen komplett auseinander. Dann macht er kurze Pause. 5 Sekunden. Also. 5. 4. 3. 2. 1. Und Plank. Scheiße. 90 Sekunden. So. Wie gesagt. Für viele. Easy. Versucht auch wirklich stabil zu bleiben. Man guckt selber mal bei mir. Ich habe immer so ein bisschen Buckel. Versucht das aber ein bisschen zu korrigieren. Bauch fest. Und dann aktiv bleiben. Normal atmen. Hand vielleicht zur Decke. Dass es ein bisschen diese Rotation hat. Und die Latissimus schön anspannen. Und dann. So ein Roller. 90 Sekunden Plank. Für die alten Säcke. Ah. Schi. Na ja. Also. Haben wir noch. Hilf. Halb. Halbzeit. Korrigiert euch wieder ein bisschen selber. Ja. Dann merkt ihr. Fallt rein mit den Schultern. Drückt euch wieder raus. Und Bauch fest. Arsch anspannen. Wenn man immer. Man vergisst das immer wieder. Und dann muss der Bauch richtig schön ziehen. Der ganze Bauch fest. Schultern fest. Schultern fest. 15 Sekunden. Nicht locker lassen. Huch. Brennt. Komm. Kämpft euch durch. 5 Sekunden. Den gleichen Rückenlager. Und zack. Rückenlager. Direkt. 60 Sekunden. 90 Grad. Hier. Pop. Hier. Hände leicht weg. Und leicht hochkommen. Aber ganz schön langsam. Die Zeitlupe. Unterer Rücken. Bleibt auf der Unterlage. Ich muss gerade gucken. Was haben wir denn da? 30, glaube ich. Macht schön langsam. Nicht hektisch werden. Bauch immer schön festmachen. Blick zur Decke. Doppelkinn. Leichte Schulterblätter. Vom Boden weg. In der Endposition. Haben wir noch schöne 10 Sekunden. Bauch richtig schön fest. Noch mal hochkommen. Alles unspektakulär. Aber brennt schon. Bauchlage. Das ist ein W. Also müsst ihr gucken, ob ihr mich überhaupt seht. Aber geht schon. Also ready und go. So. 30 Sekunden. Von einem V zu einem W. Oberkörper leicht weg. Beine leicht weg. Arsch anspannen. Zwei. Zwei. Fünfzehn. Fünf. Und stopp. Tipptopp. Und Nummer eins. Sieht doch gut aus. Funktioniert. Aber wenn ich das als alter Sack schaffe, müsst ihr das auf jeden Fall schaffen. Das war Runde Nummer eins. In guten 30 Sekunden geht es weiter. Runde Nummer zwei. Trinkt wieder was. Atmet kurz durch. Und dann plankt man gleich wieder eine Runde. 25 Sekunden. Jojo. Funktioniert. Läuft gut. 15. Also wieder 90 Plank. 60 Rollups. Also 60 Sekunden. 30 Sekunden. W. Okay. Fünf. Vier. Wiederkommen. Und ab geht's. Eineinhalb Minuten. Hopp. Handfläche zur Decke. Stabil. Schultern nach vorne. Hopp. Ja. Pelenk. Guckt mal nicht so oft auf die Uhr. Ersten 30 haben wir aber schon. Wer nicht ganz durchkommt, macht zwischendurch Pause. Fünf bis zehn Sekunden. Und steigt dann wieder mit ein. Also von den Schwimmern erwarte ich schon, dass sie eineinhalb Minuten schaffen. Aber Masters oder so oder um 30. Darf auf jeden Fall mal ein bisschen locker lassen. 30. Ich brauche meine fünf Sekunden. Ich bin ja wie 30. Okay. Und weiter. Arsch anspannen. Atmen. Versucht's. Gut. Gut zu atmen. 10. Gut. Fünf Sekunden. Ah. Gleich. Ah. Dann kommt's gleich raus hier. Komm. Rückenlage. 90 Grad. Hopp. Position. Schulter nach hinten. Doppelkinn. Leicht. Nach oben. Ah. Kurz halten. Und wieder runter. Gar nicht groß absetzen. Hier schön aktiv bleiben. Unserer Rücken hier. Da man nicht mit der Hand runterkommt. Jetzt immer fest. 90 Grad. Stabile Beine. Handflächen, Zeigen zur Decke. 25 noch. Und danach wieder eine W. W. Bleibt schön auf Spannung. Bleibt oben. Wenn ihr richtig Bock habt. Macht da oben immer so eine kleine Bewegung. Zehn Sekunden. Dass es mal richtig brennt. Aber stabil bleiben. Nicht auch völlig auseinanderfallen. Und Bauchlage. Die W. Ready. Und ab geht's. Zack. Zack. 90. Hier schön. Schulterblätter hinten zusammen. Vorne zu einem V. Hinten zu einem W. 30 Sekunden. Mal gucken. Fünf Sekunden noch. Und Pause. Gut. Das war Runde Nummer 2. Das kommt gleich Runde Nummer 3. Sagen wir. Heute haben wir heute hier. 54 Leute. Tipptopp. Läuft. Ja. Bei dem Bett da ist eh keiner draußen. Also heute schön Homeworkout hier. 30 Sekunden geht's weiter. Und was schön ist. Also wenn man jetzt gerade einsteigt neu. Wir haben jetzt 90 Sekunden Plank. 60 Sekunden Rollup Übung. Das werdet ihr sehen. Und 30 Sekunden wieder die W. Yo. Zeig. Das werdet ihr alle sehen. Jetzt gibt's noch. Fünf Sekunden. Eieieiei. Jetzt geht's wieder los. Ready. Und Abfahrt. Zack. Wie Finn's so sagen würde. Also schön fest. Immer wieder mal vergisst du. Ich bei mir selber. Wenn man verfällt schnell ins Rückkreuz. Versucht dagegen zu halten. Und auch schön fest zu machen. Und das kleine Überraschung. Nach der Runde wird noch eine Übung komperekt. Die sage ich dann aber. Dann kann man die gleich im Anschluss machen. Also jetzt nach der Runde gleich nochmal eine Übung. Ich würde mal abschließen. Von einem Dreierset kommt immer noch eine Übung. Uiuiuiui. Oh. Parabropause. So. 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 Jetzt ziehen wir durch. Fest. Atme nicht vergessen. Stabil. Arschfest. Noch 20. Oh. Wie ich die Übung hasse. In den Kopf her. Ihr liebt die Übung. Weil eigentlich ist das mega gut. Es geht weiter. Zehnt die Kunden. Sorry. Es ist noch nicht durch. Fünf. Drei. Zwei. Rückenlage. Auf einem 90 Grad. Zack. Arme an die Seite. Und wieder leicht anheben. Kurz halten. Und wieder nach unten. Die geht, wa? Aber man merkt schon, da braucht man schon gute 60 Sekunden. Denkt ans Doppelkinn. Denkt an den festen Bauch. Versucht zu atmen. Das ist nicht einfach. Also gut zu atmen. Mit so Pressatmung. Noch 10. Und danach gehen wir da weg wieder. In the W. Zack. Bauchlage. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und back. Hohkomm. Drei Sekunden. Die kann man gut am Stück machen. Endposition. Schön. Schulterblätter zusammen. Schultern runterziehen. Vorne schön strecken. Kopf. Leicht angehoben. Oberkörper leicht weg. Und Stopp. Ein extra kregen Punkt. Der Worm. Der Worm. Das heißt, wir gehen hier runter. Kletter nach vorne. Komm mit dem Bein nach. Das ist eins. Gehen wir wieder runter. Jetzt gehen die Beine nach hinten. Könnt ihr direkt mitmachen. Und die Arme. Bis ich Stopp sage. Zack. Ich kann meine Brille wegmachen. Also frei. Erst nach vorne. Beine schön durchstrecken. Bauch fest. Kurz halten. Und jetzt hier. Kleine Schritte. Vor. Und gleich wieder zurück. Arme. Ab. Und immer fest. Fest den Bauch. Das ist eigentlich auch ein bisschen eine Bauchmübung. Gleich das Stretch in Hamstrings. Und noch einmal. Vor. Ab. Bauch fest. Jetzt hier in der Endposition. Wo nach oben. Beine strecken. Und nochmal nach hinten. Wieder Spangen aufbauen. Wenn ihr nach hinten geht. Jetzt wieder. Bauch fest. Gut. Tipptopp. Das war eine Runde. Wir haben jetzt gute 30 Minuten durch. Jetzt folgen die nächsten 30 Minuten. Oder 29 sehe ich hier. Jetzt haben wir 90 Sekunden Side Plank. Also 45 links. 45 rechts. Wie vorhin. Denn dann haben wir 60 Sekunden Flutter Kick. Man könnte auch sagen Rück in Beine. Arme leicht unter den Po. Und dann hier. Rückenbeine. Flutter Kick. Und wir haben 30 Sekunden Mountain Climbers. Ich glaube ihr kennt die Übung. Oder hier links und rechts. Bauch. 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 Jo. Ihr kennt das eigentlich. Oder? Also. Fangen wir 30 Sekunden an. Und starten in das zweite Set. Heiz pisst aber auch draußen heute. Aber es ist nicht schlecht. Dann wächst wenigstens mal alles wieder. Nach so langer Zeit ohne Regen. Das ist jetzt auf jeden Fall sehr gut, wenn es mal regnet. So. Ober sind Top mäßig. Rücken zu nach hinten. Und jetzt geht die Post ab in 10 Sekunden. 90 Sekunden Plank auf der Seite. Das heißt aber 45 links. 45 rechts. 1, 2, 1 und go. Zack. Sollte jeder schaffen. Glaube ich. Hoffe ich. Wenn nicht. Wäre echt scheiße. Na ja. Also läuft würde ich sagen. Die Seitenlage finde ich geht gut. Aber wir haben nur 15. Wechseln. Versuchen direkt ohne Absetzen. Auf die andere Seite wechseln. Ich muss halt auf die andere Seite gehen. Deswegen ist es für mich schwierig. Aber ihr probiert euch direkt zu drehen. Und wechseln. Zack. Ich mache es so. Und ihr versucht euch direkt auf die andere Seite zu drehen. Ohne abzusetzen. So. Noch 15. Oder 30, oder? 30. Aha. Uhr lesen ist nicht meine Stärke manchmal. Die Schwimmer kennen das. Dann läuft die Uhr dann gerne mal 15 Sekunden länger. Aber was uns nicht umbringt, macht uns nur stark. Geh Christian. Zack. Rückengelage. Eine Minute Flutterkick. Kopf leicht anheben. Bauch richtig fest. Versuchen nicht im Rückkreuz zu hängen. Und die Beine leicht hoch und runter. Sieht man das? Ich muss ganz kurz meinen Teilwander mal machen. Ein bisschen schrubbeln. Zack. 30 Sekunden. Positionieren. Bauch fest. Ach Gott, auch gerade wieder Lust zu schwimmen. Also, ich vielleicht nicht bei mir. Aber bei euch sollte die Lust auf jeden Fall da sein, mal wieder ins Wasser zu dürfen nach der langen Zeit. Das kommt bald wieder. Knapp davor. 10 Sekunden. Bauch fest. Mit Schwulkreuz. Immer gegenhalten. Und 30 Sekunden machen klein was. Direkt drauf. Zack. Links, rechts. Bauch fest. Kommt durch. 15 Sekunden. 10 Sekunden. Stopp. Ja, morgen klein was. Zieh auf jeden Fall gut rein. Tipptopp. Läuft. So. Hast du schon wieder Power. Ich würde ja schon wirklich nur wieder fast anfangen. Aber wir warten noch ein bisschen. Pause ist wichtig. Natürlich nicht zu lange. Aber so, dass ihr die Übung auch qualitativ gut umsetzen könnt. Ich stehe auch weiter kurz. Aber hier nochmal. Noch ein bisschen zudum. Bin gleich wieder da. So. In 5 Sekunden geht es weiter. Zweite Runde. Side Plank. Ich positioniere dich schon mal ein bisschen. In den Bild. 5, 4, 3, 2, 1, und go. Halten. 45 Sekunden. Easy. Easy nicht, aber machbar. Genau. Atme neutral. Er atme normal, würde ich sagen. Hüfte neutral. Also nicht so wie die Banane hängen. Dann schön gestreckt. Hüfte ein bisschen anspannen nach vorne. 15. Komm, ziehen wir durch. Kopf auch nicht so hängen lassen. Kopf neutral. 5 Sekunden. Ich wechsle wieder so. Und wechsle. Zack. Und wieder nach oben. Gar keine Zeit verlieren. Direkt wieder arbeiten, schaffen. Dranbleiben. 30. Schön oben die Hüfte. Eine Linie. Auch nicht so nach vorne fallen. Schön hinten bleiben. Power in den Unterarmstütz. Arm. Ja, wir haben die Abstütze. Schön Power rein. Jetzt kämpft es noch mal. 10 Sekunden. Dann Flutter Kick. 3, 2, 1 und. Perfekt in die nächste Übung. Die Normalen leicht weg. Bauch aktiv fest. Wer auch gut ist, kann auch die Arme an die Seite nehmen. Ich mache hier ein bisschen als Rücken schonender, sage ich mal. Nehme ich die Hände unter den Po. Ich kann da noch ein bisschen besser garantieren, dass mein unterer Rücken nicht ganz so umholen ist, wenn man versuchen will, unten zu bleiben. Alles hart, aber für mich auf jeden Fall. Dranbleiben. Komm, zieh durch. Jetzt ist das Wochenende. Und das Gegenhalten mit dem Bauch. Komm ins Wohlkreuz. 10 Sekunden. Gegenhalten. What the mountain climbers. Komm. Links, rechts. Schön Knie reizen. Und Ellenbogen. Und durchziehen. Bisschen Cardio. Puls kann nach oben gehen. 10. Weiter, 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 weiter. Und Stop. Tip top. Geil. Cool. Zweite Runde. Äh, war jetzt. Kurz guck, dritte Runde. Jetzt wieder. Nach der dritten Runde. Machen wir direkt Push-Ups. 20 Stück. Ich bin auch scheiße in Push-Ups. Ich sage es direkt. Ich bin vielsiebung scheiße. Aber wir probieren. Aber wir probieren. Nach der Runde, nach diesen Mountain Climbers. Direkt 20 Push-Up-Seder. Gute Push-Ups. Hier ist noch halbe Dinger. Wenn es gar nicht geht auf den Knien. Wenn ihr euch aufteilen müsst. Vier mal fünf. Zwei mal zehn. Einmal zehn. Zwei mal fünf. Oder was? Jo. Zehntekunde geht's los. Dritte Runde. Zweiter Block. Fünf. Und noch nicht locker lassen. Nicht, dass wir zu viel Pause haben. Zack. Und nach oben. Jo. Läuft. Konzentriert euch. Wer wie gesagt Musik braucht. Nahrt sich jetzt richtig Musik rein. Das ist doch gut. 15. Kommen gleich die letzten 20 Minuten noch. Ist nicht mehr viel. Fünf Sekunden. Und gleich wieder wechseln auf die andere Seite. Und wechseln. Ich wechsel wieder so. Und nach oben. Direkt wieder stabil. Kommen dranbleiben. Jetzt 15. Das ist mal eine schwächere Seite, glaube ich. Fünf. Danach wieder die Rückenbeine. Und nächste Übung. Zack. Hände unter den Po. Bauch fest. Kopf leicht anheben. Schulterblätter können ruhig auch leicht weg sein. Und bauch fest. Kleine Beine. Füße strecken. Beide. Wenn ihr alle Schwimmer oder Ex-Schwimmer. Die können das. Komm. Stabil. Eine Minute sind es 50 Meter. Für den guten Bein ist schon noch fast 100. 20 Bauch fest, da haben wir uns mal gegenhalten 15 Scheiße, komm, ziehen wir durch Mountain Climbers Ready Und go Ziehen, ziehen 15 Kommt durch, Knie hervor Bauch fest Sprint Und Pause, beziehungsweise keine Pause Wir machen die Push-Ups Ready Ich mache, glaube ich, 4 oder 5 20 Stück 5, easy Was für ein Scheiß Aber ja Mach mal Ei, ei, ei Was für ein Scheiß Keine gute Übung Kommt mal noch 5, 18 Einmal sind wahrscheinlich schon fertig Aber okay Für den alten Mann noch mal ein bisschen warten Ein bisschen mehr Pause 5, 20 22 Tipptopp, geil So Letzten 17 Minuten So Jetzt haben wir ein letztes Hauptset Jetzt Geht weg Und probiert hier zu halten 60 Sekunden Könnte hart werden Und zum Ende Slow Bear Crawl Das heißt Wir gehen in so eine Vierfüßler Position Ja Hier Hier leicht weg Und jetzt schön Langsam Und dann 2, 3, 4 Stunden vor Und 2, 3 2, 2, 3 Rückwärts Oh Gott Ich kack jetzt schon ab Aber gut Ihr seid fit Wir kriegen das hin Also 90 auf dem Bauch liegen Oberkörper leicht anheben Beine leicht weg 60 Sekunden Dieses Halten V-Haut Beine leicht weg Und 30 Sekunden Bear Crawl Also so Keine Ahnung Merkmal So rauch wie ein Bär In Zeitlupe Okay 10 Sekunden Letztes Hauptset So Bauchhagen So Und halten Dann sozusagen In der Endposition Von der W Da halten Nicht übertreiben Ihr müsst nicht brutal Im Ruhkreuz fliegen Einfach leicht anheben Das reicht dann schon Schulterwörter zusammen Arsch anspannen Kopf neutral Machen wir die Böne Die ganzen Rücken hier Boah Wer hier hinten Scheiße Okay 90 Sekunden Mach die Augen zu Vielleicht Weil ich keinen Bock Halt Schönen halten Schön halten Guck auf die Uhr Wir haben hier Halbzeit Boah ich muss kurz die Arme hochern Aber beide bleiben oben Bei mir Aber die Arme Die werden nicht faul In den Panzer ab Schönerblätter aktiv Hinten Arsch anspannen Gut atmen 20 Oh Leck mich auf mich Uh Komm Fünf So Hinsetzen Zack Hinsetzen Beine weg Forward So parallel Arme zum Bein Uy 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 Kurz Pau Mannen Mach weiter Mach weiter Mach Kom 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 Uy 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 Ne Jetzt ist gerade Pause 15 noch Komm Zieh durch Uy 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 Kurz Pree Komm Pree Kurz Oh Uy 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 Drei Zwei Uy Ok Backroll 30 Sekunden Komm Hier Leicht Wegheben Jetzt Linke Hand Rechtes Bein Uy Uy Bauch fest Bauch fest Bauch fest Was haben wir hier Immer noch über 50 Tipptopp Was haben wir da Wer hat Anreinung geschafft Ich nicht Also In 30 Sekunden jetzt weiter Zweite Runde Yo Konzentriert euch So 15 Jetzt mach ich mal ein bisschen Klackschiff machen So Ich lege mich hin Hier kannst du auch tun Zack 5 Und Oben halten Schön Schön atmen Po Anspannen Unter Rücken fest Schulterblätter fest Arme in die B-Position Hände Schauen sich an Kopf leicht anheben Oberkörper leicht Pfeff Allah Das ist ja Das ist ja Ich lege die Arme Boah Der Arsch Und ein bisschen Trum Komm Zieh mal durch 45 Sekunden Komm, 25, jetzt nochmal richtig. Und 10, 5, und wir setzen uns hin, 1 Minute, V-Hold, pack. Komm, wieder die Jungs, ziehen wir durch zusammen, kämpft euch durch, 30, komm, 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 jetzt nochmal langsam, aber noch immer noch ohne absetzen, geil. Okay, 15, komm, ziehen wir durch, 10, 5, und pause, nein, ich pause natürlich nicht. Okay, hoch, berg kurz, kleine Schritte. Also 3, 4 Schritte vor, 3, 4 Schritte zurück. 5, 5, ach komm, Pause. Okay, Ende ist sehr nah, noch eine Runde danach, direkt nach den Bear Crawls, 30 Air Swords, das heißt 30 Kniebeuge, auf jeden Fall, das geht. Wir versuchen die 30 Stück zusammen, am Stück, ohne Pause. Ich zähle, ja, also nach den Bear Crawls stellen wir uns hin, und dann geht es 30 Mal, schöne, saubere, tiefe Kniebeuge. Oh, ich schwitze schon wie Harry, aber ist gut. Also letzte Runde, legt auf den Bauch, 90 Sekunden. 3, 2, 1, und halb. Genieß die Übung, gleich fertig. Stabil bleiben, Bauch raus, ein bisschen anspannen, Rücken fest, immer ein bisschen kontrollieren, ob alles fest ist. Bei mir, ja, ein bisschen speckig, aber auf jeden Fall, ein paar Muskeln, wenn wir noch da sind, wird noch fest. Puh, ich brauche kurz Pause, ihr macht weiter, ihr macht weiter, komm. Der alte Mann braucht Pause. Die Läufte schon, das ist schon wieder überrechend. Nicht schwacker lassen, 15. Und 3, 2, wir setzen uns hin. 1 Minute, letzte Runde. Komm. Gehen Sie sich vor, damit ihr mal leise das Gesicht sehen könnt. 20 Scheiße, komm weiter, weiter, weiter Zieh durch 20 Komm, 5 Sekunden Sehr kurz Langsam 10 Sekunden So, aufstehen Positionieren 30 erst kurz Ready Und 1 2 3 4 5 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 Halt es euch 16 17 18 19 8 Noch 10 10 9 9 8 7 6 5 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2